oder kommt einer grundsätzlich nicht so ich weiß nicht warum seit diesen eineinhalb jahren pause mache ich das irgendwie nicht mehr guckt da lieber zu und fieber mit mein armer freund spielt das was ist immer noch drin ist mir egal jetzt nicht auch man das team noch holen können warum habe ich das denn verdient weil du da weggesnitcht bist du sagst ich hab nix ich hab nix du gehst raus und ich gehe dann wieder zu rein ins building um die cover zu holen mach eine tür auf und seh da wo du drin warst alles full loot alter schlaraffenland einfach da war gar nix da war gar nix ich bin nur durch einen raum gegangen und war full detest willst du mich verarschen nein ich verarsche